Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMT Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Heute geht es weiter nochmal mit einem Manjaro Linux Tutorial. Natürlich bezieht sich das auch auf andere Linux oder insgesamt auf Linux. Vielleicht nochmal für die neuen Menschen, die hierher gefunden haben und von Linux nicht genau wissen, was es ist und so weiter und so fort. Linux ist praktisch der Kernel, das heißt also alles was die Verbindung ist zwischen Hardware und Software, das ist der Kernel und das ist praktisch das Linux. Und auf diesen Kernel setzen eben Leute oder kann man, wenn man möchte, als Linux User, Nutzer verschiedene Arbeitsumgebungen aufsetzen wie KDE, wie XFCE und da gibt es ja heute eine Menge andere Gnome, Gnome und wie auch immer. Und das ist eine Religion auch unter den Linux Usern, wenn man dann Diskussionen im Internet betrachtet, wie sich da gefetzt wird, weil welche Arbeitsumgebung denn besser sei und wie schön doch das und selten und jenes und hin und her und da fliegen die Fetzen. Um ehrlich zu sein, mir ist es wirklich scheißegal. Mir ist es wurscht. Ich habe seit Ubuntu früher, als Ubuntu umgestiegen ist von Gnome 2 war das glaube ich noch auf dieses Unity, dann haben sie das für mich verkackt und ich bin dann zu XFCE gewechselt und da bin ich geblieben. XFCE, diese Arbeitsumgebung, die hat einen entscheidenden Vorteil. Sie ist für Windows Umsteiger leicht zu erlernen und sie ist relativ oder sehr schnell, weil sie wenige oder beziehungsweise fast keine Effekte nutzt, also solche Kompositionseffekte oder Kompositeffekte. Bei Gnome und anderen KDE und so weiter sind viele Effekte oder Cinnamon und was es da alles gibt, sind viele Effekte, die benutzt werden. Da schweben die Fenster rein und raus und so weiter und das ist mir einfach zu doof, das möchte ich nicht haben. Und deshalb bin ich auf XFCE geblieben. Ja, aber ich wollte im Allgemeinen jetzt noch über WLAN sprechen. Natürlich, man hört immer wieder in Windows-Communities, wenn man da liest, um Gottes Willen, Linux, WLAN geht gar nicht und überhaupt keine Treiber und so weiter. Und ich sage mal so, es ist völliger Unsinn und völliger Quatsch. Jeder kann in Linux WLAN einrichten. Steht auch oben in der Beschreibung, in dem Video, in der Überschrift. Natürlich müsst ihr jetzt sehen, hier gibt es nicht eine große Action zu sehen und so weiter und so fort. Dass wir jetzt sagen, ach ich richte jetzt das und das ein. Nein. Bevor man auf Linux umsteigt und das als Windows-Nutzer, der noch nie mit Linux etwas zu tun hatte. Und da sagt sich, okay, ich schaue mich mal um und wegen mir, ich nehme dieses Manjaro Linux mal und schaue auch mal bei My Game Tutorial Channel vorbei und so weiter. Wie das da im Ansonsten aussieht. Oder bei Unix EU, das ist am allerbesten. Ja, wenn ihr zu dem Nick geht hier, einfach in eurer YouTube-Suchmaske unix.eu eingeben. Unix mit CK, da kommt ihr zu Nick, der macht da alles und der macht das prima. Und der geht auch mehr in die Materie mit ein und so weiter und tiefer und so weiter. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte sagen, bevor ihr oder wenn ihr den Entschluss gefasst habt, umzusteigen, schaut erst einmal, welche WLAN-PCI-E oder PCI-Karten, die in Rechnern verbaut werden können, laufen. Und welche WLAN-USB-Sticks laufen. Und der einfachste Weg, einen USB-WLAN-Stick oder eine WLAN-Karte, die verbaut ist, zum Laufen zu bringen unter Linux, ist die, dass man solche Karten und WLAN-Sticks nimmt, die im Kernel schon sozusagen, wo im Kernel schon die Treiber enthalten sind. Das nennt sich dann Out of the Box. Also diese Karten und diese WLAN-Sticks laufen Out of the Box. Und das sollte man als Anfänger einfach nehmen. Dass man sagt, ich gehe jetzt mal hin und schaue mal im Internet nach. WLAN-Stick Linux beispielsweise, ja, dass man es eingeht, WLAN-Linux-Stick USB 2.0 oder 3.0 oder das könnt ihr auch weglassen. Und Out of the Box. Ich mache das mal jetzt hier mit meinem Ding hier. Ich eröffne mal hier diesen Feuervogel und gebe jetzt hier mal ein, einfach, WLAN-Stick Linux Out of the Box. So. Und da gibt es einige Einträge hier. Schnelle WLAN-Sticks Out of the Box? Fragezeichen. Karten, WLAN, Wiki, Ubuntu-Users. Das ist eine sehr, sehr gute Anlaufstelle für so etwas. WLAN-Karte beziehungsweise Stick. Auch für Linux 7 USB-WLAN-Adapter im Test, Linux-Community und so weiter langjährig. Und da kommen so ganz viele Dinge raus. Ich gehe mal hier auf das bewährte. Karten, WLAN, Wiki, Ubuntu-Users.de. Das könnt ihr auch direkt in Ubuntu-Users eingeben, ins Wiki, Karten, WLAN. Und da gehe ich mal drauf. Und jetzt kann jeder, das ist eigentlich das einfachste von der Welt, hier nachlesen, über welchen Hersteller man welche Sticks beziehen kann, die auch Out of the Box laufen. Wenn ich jetzt hier runter mache und da sind immer wieder Kommentare hier, wo Linux-Nutzer oder Leute, die die Seiten erstellen, ihre Kommentare dazu schreiben oder Kommentare von Usern, Nutzern finden und sie hier verlinken, wie, wann, wo, warum, welche Karte läuft und welche nicht oder welcher USB-Stick. Hier steht auch PCI-MCA und so weiter, PCI, PCI-E, Ateros. Der dürfte sogar laufen, aktueller Treiber von Linux-Wireless. Wenn er da hingeht, ich gehe da einfach mal hin, mach mal auf und Linux-Wireless, das heißt, da sind, ist praktisch das alles schon im Kernel sozusagen mehr oder weniger enthalten, sind Broadcom, Realtek und so weiter. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf rein. Ich möchte auch nicht jetzt mit verschiedenen Netzwerk-Adaptern und was es da alles gibt und hin und her. Das ist nicht mein Thema. Andys Rapper. Andys Rapper ist eine Möglichkeit, einen Windows-WLAN-USB-Stick-Treiber unter Linux zu nutzen. Ich würde es nicht machen. Ich habe es schon mal gemacht. Ist irgendwie nicht mein Ding. Man sollte schon schauen, dass man Sticks bekommt, die eben, ja, in Linux laufen und Out of der Box am besten für den Anfänger. Und da kommen wir jetzt hier schon Asus, zum Beispiel PCI. Das ist der Treiber und der Chipsatz, RALINK RT61. Es ist auch der Unterschied, vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr von Windows zu Linux wechselt. Wir können den Chipsatz ermitteln, ja, und dann den Treiber. Bei Windows ist es ja meistens so, wenn ihr das Ding da reinsteckt, da kommt dann der Heist so und so und dann wisst ihr nicht, welcher Chipsatz und so weiter. Das ist hier bei Linux immer so, dass man das getrennt betrachten kann. Das ist wichtig. Und da haben wir jetzt hier schon zum Beispiel Asus USB-N13. USB, RALINK ist der Treiber. Und WPA, das ist die Verschlüsselung und so. Wird direkt unterstützt. Wird direkt unterstützt, bedeutet Out of the Box. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, okay, ich will mal gucken, was der kann, dann mache ich hier einen neuen Tab auf, gebe ein, USB-N13, Asus, da finde ich den irgendwo. Okay, jetzt bin ich hier bei Amazon gelandet, wollte ich jetzt nicht, aber der läuft dann praktisch, ja, direkt unterstützt, Out of the Box. Und dann kauft man sich so ein Ding und dann hat sich die Sache erledigt. Dann muss man nicht tausende von Treiber versuchen zu installieren und irgendwelchen Vorhörungen fragen und mein WLAN USB-Stick läuft nicht und Linux ist scheiße und es geht überhaupt nichts und tralala. Nein, einfach vorher informieren und am besten wird direkt unterstützt. USB-Doncals oder Sticks kaufen, ja. Und dann ist die Sache erledigt, ja. Die allermeisten, meiner Meinung nach, WLAN-Karten, die in PCs verbaut sind, ich habe auch hier so einen Fertig-PC, da ist allerdings keiner verbaut, aber da gibt es einen nächstgrößeren und da diese WLAN-Karte, die da drin verbaut ist, die funktioniert auch Out of the Box. Also da ist für mich, ist für mich ganz klar. Aber hier könnt ihr sehen, aha, welche Karten auch, wenn ihr Karten kaufen möchtet und möchtet euch euren PC zusammenbauen, selbst zusammenbauen oder bauen lassen von irgendjemand, einfach hier nachschauen, wo welche Karte am besten ist und so weiter und so fort. Und das ist erst einmal für den Anfang, für einen Umsteiger, der richtige Weg. Einfach hier hingehen, wie ich vorhin gemacht habe, hier einfach WLAN-Stick, Linux Out of the Box, dann geht ihr am besten hier auf Ubuntu-Users, wie auch immer, oder Karten, Ubuntu-Users eingeben hier, WLAN-Karten und dann einfach hier, oder ich verlinke das sogar unten in der Beschreibung des Videos, da müsst ihr das nicht suchen. Und dann einfach einen WLAN-Stick, 300 Mbit wegen mir, was der kann oder was, was kann der hier, haben wir mal geguckt hier, Asus, haben wir gesagt, hier, das ist der, was kann der, jetzt schauen wir den doch nochmal an, ist egal, ich gucke mal, ich muss ja nicht zu Amazon gehen, das muss ja nicht sein, vielleicht gibt es das noch woanders, Asus, Amazon, Idealo, da steht da irgendwas von, kann er was, 300 Mbit pro Sekunde, ja, und dann ist die Sache erledigt, also, Beispiel, das war nur ein Beispiel, ja, und so könnt ihr das machen, und das ist das für Umsteiger und auch, ja, für Leute, die Probleme haben mit ihren Karten, schaut bei denen, auch wenn man Ubuntu nicht nutzt, man kann trotz alledem das wunderbare Wiki von den Ubuntu-Users für bestimmte Dinge nutzen, und ich würde sagen, nutze es einfach hier, um zu schauen, Entschuldigung, welche Karten und welche USB-Sticks im WLAN-Bereich laufen für mich out of the box, das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man dann ein bisschen mehr Linux gelernt hat, das dauert seine Zeit, bis man das alles so kann, bei mir hat das auch ein Jahr, zwei gedauert, bis da, man befasst sich ja nicht ständig damit, bis man irgendwelche Treiber und so weiter installiert hat und so weiter, und bis man das kann, und dass man auch andere WLAN-Sticks einrichten kann, und so weiter, also, aber, wie gesagt, für Umsteiger, Einsteiger, einfach hier hingehen und sagen, out of the box, und dann kauft ihr euch so ein Ding für 15 Euro, und das ist die Sache erledigt, und dann könnt ihr genauso schnell ins WLAN gehen, oder schneller noch ins WLAN gehen, als, ja, mit euren Windows-Geschichten. Okay, also, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, wenn es euch Freude gemacht hat, das anzuschauen, dann schreibt mir doch einen Kommentar, ähm, ja, gebt mir einfach einen Daumen nach oben, das würde mich auch sehr freuen, und für die neuen Menschen, die hergefunden haben, gleich kommt der Abspann hier, und wenn ihr dort auf das erscheinende Kanal-Symbol klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, und herzlichen Dank nochmal fürs Schauen, schönen Tag noch, und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik